Ich hab die Wahrheit schon so oft gefunden, ich hab keinen Bock mehr. Ja ok, war es jetzt falsch oder? Nein, nichts passiert. Da müsste ich hin. Ja, so wird das nischt. Okay, okay. Okay, auch nicht schlecht. Aber das wissen wir jetzt schon mal vorhin. Oder auch nicht. Jetzt müssen wir echt dauernd probieren hier. Okay, okay. Ja, gib mir eine Wahl zwischen zwei Dingen. Ich nehme garantiert das Falsche. Gott. Okay, okay. Weil es so schön war nochmal. Na also. Äh. War es jetzt das Falsche oder war es das Richtige? Ich kapiere das gerade nicht. Scheinbar nicht. Und? Tja, da solltet ihr vielleicht mal ein Schild dran bringen. Also. Ich kann jetzt nicht blind raten, welches davon das Richtige ist. Aber mindestens geht jetzt den sicheren Pfad hier rüber auswendig. Ich weiß nicht. Ha, ha, ha. Sag mal, bin ich der Einzige, der nicht richtig kapiert, was da los ist, oder? Das ist das Einzige, was er noch nicht probiert hat. Und natürlich das, was funktioniert. Warum auch nicht. Wahrscheinlich hier wieder, ha? Wenn ich rankommen würde. Okay, also hier kann ich jetzt nichts mehr machen. Hm. Ja, wo muss ich da jetzt hinkommen? Wahrscheinlich wieder hier rüber irgendwo. Nee, sieht nicht so aus. Hm. So viel kann das doch jetzt nicht werden. Nichts passiert. Ja, leider alles dicht hier. Ah, oder so. Aha. Ja, manchmal muss man sich bücken. Und jetzt wieder das alte Spiel. Schauen wir mal. Raten. Tut nicht weh. So. Geht auch. Jetzt sollte es aber klappen. Und? Wow. Ich würde sagen, schnell raus, Junge. Ja. Ja. Danke, die Herrschaften. Danke, die Herrschaften. Verdammt. Verdammt nochmal, ja. Oh, supi. Unser Fanclub. Ja, klar. Ja, eine Kugel habe ich noch. Die reicht vielleicht alle. Du bist ja. 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 Stay back, or I'll put a bullet in your head. Our supreme Oracle has spoken. You will follow your destiny. What? In his awakening. Yeah, the last hole was not stolen. Oh, great. I see. You cannot escape my awareness. I follow your wanderings, your choices, your attempts to free yourself from bestings. But it is unavoidable. And as I heard you did, you have come to free me. Awaken and call him. Hm. Darauf kannst du lange warten, kurzer. Ja, jetzt wird es wirklich zum Finale. Da sind wir ja mal gespannt, was das für ein Ende nehmen wird. Wird die Welt überleben? Und wenn ja, wird Pierce es auch? Oder wird er sich opfern müssen dafür? Wird die Welt überleben? Ach, ist das eine schöne Gegend. Ja, super! Scheinbar sind wir nicht ganz so weit weg von Darkwater. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Hier war schon wieder so ein Kultschwein. Okay, eine Höhle ist ja schließlich, wie was Schlimmes passiert, wenn man in eine Höhle gegangen ist. Eier, egal. Es wird Zeit, dass wir unser Schicksal erfüllen und das Monster aufhalten. Halt die Fresse Wahrheit. Du machst mir Spaß. Okay. Okay. Ja. Ja, so ein Kultschwein. Sieht man schon an der Robe, Mann? Nicht so laut brüllen. 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 Ich will nicht so laut brüllen. Ich kann nicht sagen, dass sie alle Zähne von dem Verwirkungsmarkt drehen. Ich weiß nicht, wer weiß das schon. Wer weiß. Hier ist auch noch etwas. Und wieder ein Bild Schön zu sehen Es wird Zeit, Herr Piers Du bist tot Nein Nein, das ist nicht wahr. Ich sehe dich tot, als ich dich jetzt sehe. Ich bin verrückt, Tute. Du hast es geschafft. Du verstehst nicht? Du kannst nicht sterben. Du wirst wunderschön, bis du dein Besten hast. Nein! Schau mich an. Schau mich, Piers. Schau mich an, dass du noch nicht glaubst. Was hat dir passiert? Oh, Piers. Du schiefst auf ignorieren die Wahrheit, wenn es da vor dir ist. Sarah Hawkins sah dich als du wirklich bist. Diese Schilderung ist die Begriffe. Das ist verrückte. Es ist nicht nur deine Leben, die sich aufstehen. Viele Menschen und Frauen haben sich für diesen Moment gegründet. Kolden! Du wirst sie nicht aus der Hoffnung von einem besseren Leben. Ich habe gesehen, was Leviathan getan hat. Wir werden alle sterben, wie er. Seine Leben war gut, bevor es angefangen hat. Es war nicht entscheidend, dass er die Begriffe hat. Aber du? Ja. Das ist dein Besten. Ja, klar. Ja, Heil Kutulu. Ne, ne. Wir wehren uns. Ich glaube nicht mehr in der Bestenheit, als ich in der Vampiren, die Gäste und ihre Frauen-Propheten. Oh, gut gemacht. Wir haben wirklich beeindruckt. Wieder dieses Denial. Es ist nicht mehr wichtig. Der Zukunft ist jetzt nur ein Bild, das Sarah Hawkins für dich schildert hat. Warum nicht sie nicht? Sie, die nicht glauben, in nichts glauben. Und dann, du wirst sie sehen. Du wirst sie sehen. Du wirst sie sehen, dass es eine Wahrheit so powerful, so überwältigende, dass sogar eine Mindest wie klein als deine, kann sie nicht verhäten. Und was ist deine Wahrheit, Kolden? Was ist deine Rolle in dieser Geschichte? Ich muss dich nach Sarah Hawkins, unsere Oracle. Sarah, erzähl mir, wo du sie hast? Wir finden sie in Alabaster Point. Ich werde sie holen. Nicht versuchen, mich zu verhäten. Natürlich. Das werden wir ja sehen. Irgendwann. Stopp! Silence! Stopp! Geh weg! Stopp! Stopp! Das blickt sie dann mal krank aus. Das blickt sie dann mal krank aus. Oh Mann, oh Mann. Uns geht's richtig übelbeschissen. Die Alabaster-Spitze. Tja, jetzt ist wohl Zeit, sich zu entscheiden. Wird die Menschheit überleben oder nicht? Wieder dieses Grün. Das grüne Licht von Rellier.